So jetzt kommt der Dude. Bin ich mal gespannt. Was haben die denn schon so? Ui. Scheint also möglich zu sein, ja? HP minus 50%. Wir werden sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Natürlich nehmen wir XP mit wie immer. Oh Gott. Startespiegel. Oh Jo. 106. Die XP ist immer gut. Die XP ist immer gut. Perfekt. Ein bisschen RISC-Control. Ich glaube für den ersten 30 Sekunden, 15 Sterne. Ich habe jetzt leider vergessen, wie viel man braucht. Ich glaube um die 3.000. Ja, 3.1, super. Sind wir wenigstens in der Platzierung? Naja, natürlich nicht. Aber 7.800 ist schon krass. Naja. Ja.